So, weiter geht's mit neuen Runde Aufi Ähm, ich habe jetzt hier mal alle Sachen rübergegangen, die ich irgendwie so hab und gefunden hab Und, ähm, ich meine, das seht ihr schon zum Inventar so ein bisschen was Und, äh, joa, ist definitiv ganz nett eigentlich Ähm, wie man sagt, schon leider kein Equipment mehr, also kein Equipment, der vor mir Und wir brauchen erstmal wieder anderes Equipment, beziehungsweise müssen erstmal wieder was ausrüsten Alter, ich meine alleine schon mal diese Gori hier, alter, holy shit Demolition Earring plus 14 Attack Rate steigert sich gar nicht, interessant Ähm, zusätzlicher Schaden und so weiter, also allein das hier bringt schon mal wirklich Massig Stuff Und massig Bonis Ich hab mir noch sagen lassen, irgendwie dieser Dieses Guardian Weapon Set ist für Level Für Level 15 Alter Achso, ich dachte, man kann das beides tragen, okay Aber, alter, life, man, what the fuck Guardian Waffen auf Level 15 Guardian Waffen plus 7 auf Level 15 Holy shit Okay, Crypt Rate ist natürlich um einiges besser als, äh, hier Attack Speed Denn, wir haben natürlich ein bisschen mehr noch Wir haben noch, okay, ja stimmt, das schildern wir noch Alter Oh mein Gott, ey Es ist halt so broken Es ist halt so, Gottverdammt, broken Einfach nur Hier, Bolo Glock noch mit dazu Jo, 1800p, okay, nice, mit was geht's weiter Ähm, pfff Das Dreh-Transport kann man wahrscheinlich im Prinzip auch sonst wo hinstecken Das hat auch keinen Wert mehr leider Ich hab noch nen Dayset plus 8 Welches halt ultra schlecht ist leider, ähm, hm Ja, erwecken müsste man das Ding heilig weisen, ob das im Office Sinn macht Äh, wir haben noch nen, äh, Drachen King Set Was jetzt auch nochmal einen übertrieben krassen Bonus bringt 10% Attack, 10 Crit, 10 Geschwindigkeit Hier nur ein bisschen HP und FP, keine Ahnung Äh, Pad haben wir noch Und zwar ein gutes haben wir hier Oh Gott, dieses ganze Ding wieder machen Okay Ähm, ihr seht schon Läuft gar nicht mal so schlecht Ähm, wo ist mein Ding? Alter Leider doch mal dieser, dieser Skin auf diesem Ding hier, Alter Holy Shit 3000 Attack auf Level 21 Ich mein, ihr wisst, ich spiele viel P-Server Aber Auf Level 21 hab ich selten so viel Attack Also jetzt mal ohne Witz Wirklich komplett ohne Witz Okay, ähm, was hab ich sonst noch? Ich glaub ich hab sonst nix mehr, oder? Genau Ich mein, das haben wir eh schon mehr als genug Ähm, wir können auch fliegen Mit unserem geilen Board da Oder mit dem Den ganzen Ding da, so Und, ähm Also, Pad geht nicht automatisch rein, okay Alter, wir können's halt im Prinzip Wir können halt direkt Asria gehen Scheiß auf Sand Morning Oder Flare so links und Müll Warte mal, wo ist, äh, Damage Cap, ähm, plus 13, oder? Wär mal bei 34, äh, 34er Mobs, was war das nochmal? Weiß nicht, dieses Bug, diese Bug-Crow-Dinger oder so? Da bin ich jetzt auf keinen Fall hin Ähm, es gibt noch nen Arrest-Con, das hat wahrscheinlich auch viel Level Alter Alter Level 15 Rest-Concept Hilfe Hilfe Okay, dann sonst glaub ich keinen Wert, oder? Ne, es sind nur bloß 7 Also, nur, bloß 7, Kappa Oh mein Gott, ey Oh mein Gott, ey Ich weiß gar nicht, was das Set-Effekt ist Ich glaub ich, ich weiß gar nicht Ich hab, glaub ich, sonst kein Ring mehr davon Huh 168 STR Ne, man, das ist Das ist verrückt, ich mein, man kann sich jetzt natürlich noch nen Leech gönnen und so weiter Aber ich mein, für was halt Weil ich mein, sind wir jetzt mal ehrlich Für was? Ich mein, die ganze Stress hier mit Partys suchen und, und joinen und Erst mal Party finden und Ähm Pfff Why Einfach nur Why Pfff Ich mein, ein bisschen so P, also warum hier irgendwie Warum hier schon wieder ein Attack Hatt' ich gelingt nen Abkettusern? Ach ne, Pet, lol Alter 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 What the fuck Oha, wie krass das einfach mal ist Ich hab' nicht mal Self-Buff mehr, merk' ich grad So, hat das Ding Element drauf? Och ne, man kann auch kein Element drauf machen, oder wie? Nein Okay, gut durchdacht, Kappa Äh Ja, okay Also Leveln Leveln ist hier definitiv was besonderes Ähm, ich glaube es fehlen irgendwelche Wuffs, oder? Bin mir nicht ganz sicher Wir sind bei 12 Level drüber momentan Ja, gut, ich mein, es ist halt Also wenn hier wirklich mal ordentliche Monster Spawns Dann wäre das halt innerhalb von Keine Ahnung Ein paar Minuten halt geschafft auf Level 60 Das einzige was halt hier aktuell so ein bisschen problematisch ist sind halt einfach jetzt die, die Monster Spawns Dadurch haben wir jetzt halt ein bisschen Probleme mit dem Ganzen Ich glaube, wir könnten sogar den Gig killen wahrscheinlich Also wenn er hier im Im Damage Cap, äh, drin ist Das Problem ist halt, weil es im Off-Film so wenig Monster gibt Ich mein, ich verstehe auch nicht genau warum Weil ich mein, hier jetzt, äh, pff, irgendwie an An Leistungs, äh, Dinge, glaub ich, kann das nicht liegen Also ich mein, damals hieß es ja irgendwie, ähm Offi läuft auf, äh, 32 Bit irgendwie Das heißt, dass die halt einfach komplett am Arsch sind Dass halt die Monster mit, äh, 4 GB RAM läuft Und halt nicht mit, mit, ja, 64 Bit, was halt eigentlich so Standard ist Vielleicht ist das, ähm, wird, äh, im Ernst das Ding stunt ich noch Oh ja, 2006, here we go again Wo man halt einfach noch beim Leveln gestunt wird, man Das ist halt, das ist halt verrückt irgendwie Ich muss sagen, das ist halt schon ein bisschen Nostalgie jetzt hier Ein bisschen, ein bisschen krass Nostalgie, wenn ich ehrlich bin Ja, 2,8k zeigt man Also ich mein, Nostalgie jetzt nicht in Form vom, vom Leveln hier Das ist einfach nur komplett Madness, was wir hier gerade, äh, abziehen Aber alles andere ist halt ein bisschen Nostalgie Ein weibliches Restkonzept kann man sonst wo hinschieben Alter Man könnte locker, na, ok, 37 ist scheiße Ja, braucht ein paar Level mehr auf alle Fall immer noch Piratenmünze, Crescent Stone Wir könnten also einfach sogar jetzt die Quests hier machen Weil man wirklich so schnell das, das Zeug hier abfarmen Ich mein, die fliegen ja um wie nix einfach, also Klar, jetzt mit Party und so wär's natürlich nochmal rechts, äh, um einiges angenehmer Aber auch ohne Party hier ist ja Ja, kaum eine Rede gehört Was ist gerade auf Party Growth Wir haben halt so viel Stuff hier, was wir nutzen könnten Ich weiß, die Amplis haben ja auch noch für eine Stunde Aber das Ding ist halt Ich weiß halt nicht, ob ich nicht die Amplis, denn die wir nutzen würden mit einem Leecher oder so Auch wenn ich glaub, dass wir Innerhalb von einer Stunde so hoch werden dann Ich mein, selbst ohne die Chat schon mit plus 100% DxP Also sind wir ja, sind wir innerhalb von Von Minuten jetzt hier auf 40 oder 41, was wir brauchen Es geht halt dann wie nix hoch Tag Speed 100%, man Ja, auf 40 verändert Ich mein, ich weiß, das ist keine Erkenntnis, die jetzt grad Super aktuell ist und super neu ist Ähm Aber Ja, ich weiß nicht Offy hat sich halt generell schon seit Jahren verändert Irgendwie so in dieser Diese krasse Richtung irgendwie so in dieses Diese Richtung, wo man so sagen muss Es ist halt Es fühlt sich halt nicht mehr so an wie damals Offy, wo du hier mit 200-300 Schaden rumglopst Sondern halt schon wirklich in diese Richtung, wo man sagen muss Yo, es ist halt Es ist halt komplett voll Ich mein, schau doch mal an dieses Schild hier an 72 STR 24 Crit Schaden hier Hier wecken wir nochmal dazu Es ist halt Das ist halt nicht mehr das, was man halt so kennt Ich mein, wie lang hat man damals gebraucht, um auf 1000 Schaden zu kommen Um wirklich mal einen Crit zu machen, der 1000 Schaden macht Ich mein, man sagt aktuell Wie viel Crits? 2k Crits So über 2k Crits Äh, bei 12 Löffel drüber aktuell Also bis grad eben Und jetzt noch viel mehr als grad eben Tja Tja Und ja, ich mein, Flive Flive entwickelt sich natürlich auch weiter Und Auch da gibt's natürlich schon ein paar Sachen, wo man sagen muss Klar, das ist selbstverständlich, dass es passiert Das muss passieren Aber Ich mein, das Ausmaß Wie krass ist das Offy geworden? Also ich mein, du Du gehst dir hier durch und Und rappst die Monster weg, wie nix Ich mein, wir haben jetzt keinen Upgrade Wir haben null Powerups an Wir haben keinen Link Wir sind jetzt bei 11 Löffel drüber Ich mein, das muss man sich halt mal Das muss man sich halt mal geben Ich mein, früher haben wir halt so viel Damage nicht mal Also ich glaub, selbst wenn wir bei Monstern drunter waren Haben wir vielleicht 500, 600 gegrittet Wenn es hochkam, wirklich Wenn überhaupt Aber so halt momentan Das ist halt komplett Madness einfach Verrückt Einfach verrückt Ich mein, klar, das macht natürlich Spaß und so Und vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich Hier, ähm Zum Teil Galalab gedacht hat Ja, wo die Leute spielen alle PSA, aber warum machen die das? Wollen die einfach nur größere Zahlen sehen? Wollen die einfach nur Krassere Sachen machen? Schneller leveln? Was wollen die? Was ist der Grund? Was ist der Grund, warum Leute PSA spielen? Ich denke mal, das Das kann einfach vielleicht so Ein Gedankengang gewesen sein Von Galalab Oder, oder Natürlich einfach Das ganz, äh Normale Einfach immer Dieses Prinzip von Higher, Better, Bigger Faster Ich mein, ich siehste momentan auch so ein WOT irgendwie Ich mein, damals war halt Die Meta halt wirklich noch so Ja, das war halt Du machst mir 100 Schaden Du machst mir 300 Schaden Ich mach dir 300 Schaden Dann können wir schon traden Und da ist es halt mittlerweile auch so Yo, Autolauder Autolauder mit einem 3er, 4er Clip Die können dich halt einfach teilweise Komplett rausklippen Innerhalb von 5, 6 Sekunden oder so Und da merkt man einfach auch so diese Diese Meta, die sich halt einfach verändert Ich mein, äh Ja Keine Ahnung Letzte halt Gold Muni Also hier JT, Gold In Anführungsstrichen Prämonition Damit du mal Durchschlag hast Und dann Dann bummst du halt einfach auf die Gegner drauf Musst nicht mehr viel aimen Musst nicht mehr viel nachdenken Hast vielleicht einen Clip Macht einer einen Fehler Dann haust du mit einem Clip raus Und das ist halt Das sieht man halt auch in Flife irgendwie so Alles ist halt Alles wird immer krasser Immer brutaler und so Und gefühlt man das halt einfach nur Um irgendwie relevant zu bleiben Oder die denken, dass sie es machen müssen Um relevant zu bleiben Ich mein, würde ich jetzt Flife spielen Wenn ich immer noch hier mit 300 Schaden rumklopfen würde Klar, es ist natürlich schon so ein Gedankengang Wo man sagen muss Wenn man sich ja immer wieder einen neuen Charakter macht Und nicht immer am gleichen Punkt ist Und dann einfach nicht immer mit einem Schaden hier Im Gegensatz zu von vor Zehn Jahren halt mehr macht oder was anderes macht Ist das ein Grund vielleicht Kann schon sein Kann schon sein Ich mein, das Argument würde ich schon zählen lassen 13 Level drüber Mal schauen, ob wir das Ding down kriegen Okay, Schaden ist das nicht direkt hoch Kann ich mal kritten oder so Na gut Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Sinn macht Wenn wir einen Gig hier weghauen Keine Ahnung Ich mein, das macht uns eh keinen Schaden Ich weiß es nicht genau wie hoch die EXP das sind Ich habe irgendwas im Kopf von zehnfacher EXP oder so Ich dachte, wenn wir uns einfach den Gig weghauen Dann kriegen wir einfach so viele wie zehn normale Monster Oder vielleicht sogar wie zwanzig normale Monster Das weiß ich jetzt eben nicht genau Ein paar Questies mehr als sonst Vielleicht macht das in irgendeiner Art und Weise Sinn Keine Ahnung Wir probieren es einfach mal Alleine halt im Offi einfach so 13 Level drüber gicken Das würde ich halt auf kein PSO machen Also das ist kein Witz Das meine ich halt wirklich ernst Aber wir laufen wirklich mit Guardian Waffe für Level 15 rum Und einem fucking Restcon Set Okay, das ist kein Restcon Set im eigentlichen Sinne Aber so, ja Wow, 13,37% Ich finde die Zahl zwar gut Aber die EXP finde ich ein bisschen enttäuschend Wenn ich ehrlich bin Okay, ein Z-Tiger mal raus Und ein Demolition Earring Ne, der kam gerade vom letzten Mob glaube ich raus Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung Okay, ein bloß dreier Satelli Ich mein Geerbte Satelli Oder geerbte Waffensets wurden generell mal entfernt Also im Offi Deswegen bin ich gerade Ich habe irgendwas gehört, dass die wieder reingebaut wurden Aber so ganz sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht genau Wie jetzt das gemacht wurde Ob man jetzt nur noch kriegen kann vom Ding hier Von Gix Keine Ahnung Ne, ich habe auch nur ein bloß einser Ding Okay, dann traut man schon irgendwie trotzdem ganz normal wieder Ja, also ich muss sagen Klar, aller Kritik Also die Kritik ist es hier nicht mal negativ gemeint Und ich mein, klar, natürlich macht es Spaß Wenn man hier wirklich Komplett durchrapen kann Deswegen, klar Also ich habe jetzt natürlich schon Spaß Das soll jetzt nicht so klingen Das hätte ich hier gar keinen Spaß Ne, ne, so ist es auf gar keinen Fall Also Äh Rein aus persönlicher Sicht Macht es natürlich jetzt Spaß Klar Ich mein, wer hat es hier nicht Spaß Mit Heftigen Schaden einfach Komplett zu eskalieren 6.700 Pinja, man Yay Dass ich halt kein Element Upgrade hier drauf machen kann Das ist ein bisschen störend Aber okay Achja Äh, hier LGA würde ich noch zeigen Ultibus 5 LGA 4 Sockel drin 9% Krit-Schaden Sehr nice by the way Äh Und ein Bloody Sword STR und Dex Plus Mit Ähm 13 Krit-Schaden Und Krit-Rate draufgesockelt Fragt mich jetzt nicht warum bitte Ist es einfach so Nicht hinterfragen Äh, die ganzen Waffen stammen übrigens natürlich noch aus den Uralten Zeiten mit dreifacher Wakes Und also wirklich LGA ist noch so der Ja, der Shit-Warn Ich meine, der hat hier wahrscheinlich versucht die LGA auf Ultibus 6 zu machen Und Ich meine ich habe sowas im Offi nie gemacht Also ich habe generell im Offi fast nie gehabt Wir könnten es halt versuchen irgendwie, dass wir es halt auf Ultibus 6 kriegen Aber andererseits ist es halt schon so ein bisschen Eine Ewigkeit oder ein Projekt, was halt fast unmöglich ist Denke ich mal Ich weiß es nicht Egal, äh, ihr könnt immer gerne eure Meinung schreiben Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ja 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 Ja